Servus, der André wieder hier und ich spreche heute über fünf Fehler in der Landschaftsfotografie. Diese Fehler habe ich damals gemacht, die mache ich teilweise immer noch und ich hoffe, dass dir diese Fehler helfen, dass deine guten Fotos zu richtig guten Fotos werden. Alles weitere nach dem Intro. Fehler Nummer eins, die du machst, du nimmst deine Kamera oder dein Smartphone und fotografierst einfach so auf Augenhöhe. Was bedeutet das? Das sieht quasi jeder und das Foto sieht einfach langweilig aus. Du kannst Glück haben und es ist ein gutes Foto, aber wenn du auf die Bildkomposition achtest, wird ein gutes Foto zu einem besonderen Foto. Und da gibt es gewisse Regeln, die diese guten oder besonderen Fotos ausmachen. Regel Nummer eins ist die Drittelregel. Das bedeutet einfach, du packst ein Objekt in den unteren Drittel oder in das obere Drittel. Mach dazu einfach die Hilfslinien in deiner Kamera an, dann ist das Display auf neun Felder eingeteilt und die helfen dir einfach, dass du die Drittelregel einhältst. Neben dieser Drittelregel gibt es sogenannte führende Linien und führende Linien sind dafür da, damit der Blick des Betrachters quasi in das Bild gelenkt wird. Und die machen ein Bild interessanter. Führende Linien können zum Beispiel Straßen oder Wege sein, können Holzstege sein oder aber auch ein Fluss oder einen Bach, der quasi in das Bild hineinfließt. Ein weiteres Stilmittel, wie du dein Bild interessant gestalten kannst, sind Reflektionen. Hier zeige ich euch mal ein Bild von Island, das ist das Vestrahorn und hier spiegelt sich das Vestrahorn vorne in der Pfütze. Wir hatten schlechtes Wetter, das heißt, das Wasser war nicht ganz ruhig, aber man erkennt trotzdem so eine leichte Spiegelung und das macht das Bild einfach interessanter. Wenn du eine ganz glatte Wasseroberfläche hast und sich das Objekt dann darin spiegelt, dann wiegt das noch imposanter. Man kann das Wetter nicht beeinflussen, deshalb muss ich mit diesem Bild leben und ich finde diesen Moody-Look tatsächlich sehr interessant, auch wenn die Reflektion nicht zu 100% da ist. Die nächste Regel, wenn es um die Bildkomposition geht, sind quasi Störer im Bild. Ich persönlich arbeite super, super gerne mit Störern, weil für mich wiegt das Bild einfach interessanter und Störer können zum Beispiel Elemente im Vordergrund sein, die unscharf sind, wie auf diesem Bild hier. Der seht ihr einen Papageientaucher, der sehr zentral in dem Bild ist und weil, wenn der Papageientaucher alleine gewesen wäre, wäre das Bild wahrscheinlich langweilig gewesen. Und ich habe einfach ein paar Grasbüschel vorne mit eingebaut, sodass das Bild interessanter wird. Dasselbe ist bei dieser Kirche hier auf Island, da habe ich einfach Störer mit eingebaut, die quasi den Blick des Betrachters auf die Kirche lenken. Neben diesen Störern im Vordergrund kannst du allerdings auch auf einen schönen Vordergrund aufbauen. Das heißt, du baust dein Bild so auf, dass du einen schönen Vordergrund hast und der Blick wird dann von dem Vordergrund quasi auf das ganze Bild gelenkt. Hier ist mal ein Beispiel, was ich auf Foto Ventura dieses Jahr aufgenommen habe. Im Vordergrund habe ich quasi eine Steinformation fotografiert. Die ist ja zentral in der Mitte und die geht dann quasi ins Bild hinein und der Blick wird dann auf den Himmel des Fotos gelenkt. Die letzte Regel, auf die du achten solltest, ist, wenn du in Richtung Bildkomposition oder Bild aufnimmst, versuch auf natürliche Rahmen in deinem Bild zu achten. Hier ist ein Bild von einer Burg und ich habe diese Burg quasi in den beiden Bäumen hineingesetzt, sodass die Burg quasi eingerahmt wird von den beiden Bäumen. Wenn dein Bild eine 12 von 10 werden soll, dann ist das Beste, wenn du diese ganzen Regeln miteinander kombinierst. Das heißt, du hast dann zum Beispiel die Drittelregel, hast dabei noch einen unscharfen Vordergrund, quasi den Störer und hast am besten noch ein Objekt quasi mit in dem Bild drin, eine Person oder irgendwas anderes Interessantes. Und je mehr Regeln du miteinander kombinierst, desto interessanter wird dein Bild. Fehler Nummer 2, den ich gemacht habe und den Gedanken hattest du wahrscheinlich auch schon mal. Du unterschätzt dein eigenes Equipment. Du guckst dir wahrscheinlich YouTube-Videos an und siehst die ganzen YouTuber, die immer das teuerste Equipment haben. Die haben eine Kamera für 5000 Euro und ein Objektiv für 3000 Euro und machen damit wirklich überragende Fotos. Das muss aber nicht so sein. Du kannst auch Fotos mit einem günstigen oder sogar vielleicht sogar einem gebrauchten Weitwinkelobjektiv machen. Ich hatte das Tamron 20mm, habe mir das gebraucht gekauft, hat glaube ich 150, 170 Euro kostet das aktuell und damit kannst du super tolle Fotos machen. Wie gesagt, du musst nicht immer das teuerste Equipment haben, sondern lern einfach dein Equipment kennen. Wie hoch kannst du mit der ISO gehen, bis das Bild rauscht, wann wird Vordergrund und Hintergrund, ab welcher Blende wird es bei deinem Objektiv und bei deiner Kamera scharf. All das sind so Sachen, auf die du achten kannst und dann brauchst du halt nicht immer das neueste und das teuerste Equipment. Den dritten Fehler, den du machen kannst, du kennst einfach die Grundlagen der Fotografie nicht. Wie ein Musiker Noten lesen muss, solltest du die Grundlagen der Fotografie kennen. Du solltest wissen, was eine Blende ist, du solltest wissen, was die ISO ist und du solltest wissen, wie die Verschlusszeit zum Beispiel ein Bild beeinflusst. Du solltest vielleicht sogar ein Histogramm lesen können, damit du weißt, wie das Bild richtig belichtet ist. Wenn du das alles verstehst, dann weißt du zum Beispiel auch, wann der Hintergrund scharf ist, ab welcher Blende und du kannst ein Bild so beeinflussen, dass der Vordergrund unscharf ist. Bevor du mit der Fotografie startest, solltest du diese drei Elemente verinnerlicht haben. Das heißt, du weißt, was die ISO ist, was die Blende ist, was die Verschlusszeit ist und wie die aufeinander einwirken. Fehler Nummer 4, den du machst, du schaust dir einfach viel zu viele YouTube-Videos an. Du musst dich natürlich vorher informieren, wie das Ganze funktioniert, Blende, ISO, Verschlusszeit, Histogramm, die ganzen Regeln. Aber du flüchtest dich da so ein bisschen drin und hast Angst davor, rauszugehen und einfach Fotos zu machen. Wahrscheinlich hast du irgendwie Respekt davor, du möchtest nichts falsch machen, aber genau das ist das, was sich dann weiterbringt. Wenn du die Grundlagen verstanden hast, dann schnapp dir deine Kamera und geh raus. Wenn du spazieren gehst, nimm die Kamera mit. Wenn du mit dem Hund gehst, nimm die Kamera mit. Und ich habe es damals so gemacht, ich bin rausgegangen und habe mich bei jedem Spaziergang, den ich gemacht habe, hatte ich die Kamera dabei und habe mich immer nur auf eine Sache konzentriert. Das bedeutet, ich habe einen Tag nur den Vordergrund scharf gemacht und habe den Hintergrund unscharf gemacht. Bei dem nächsten Spaziergang habe ich dann zum Beispiel nur auf Drittelregeln geachtet. Und bei dem übernächsten Spaziergang habe ich dann nur auf die Verschlusszeit geachtet. Bis zu welcher Verschlusszeit zum Beispiel kann ich die Kamera ruhig in der Hand halten, ohne dass die Fotos verwackelt werden. Und klar, machst du Fehler und diese Fehler sind auch gut, weil du einfach aus diesen Fehlern lernst. Also, stopp das Video, wenn es zu Ende ist, lass vorher noch einen Daumen da, schnapp dir die Kamera, geh raus, mach deine Fotos, mach Fehler und lern daraus. Den letzten Fehler, den es in der Landschaftsfotografie gibt, ist die Bildbearbeitung. Es ist im Grunde kein Fehler, aber Bildbearbeitung ist bei Fotografen wie Yin und Yang, die einen lieben es und die anderen hassen es. Ich persönlich finde Bildbearbeitung in der Landschaftsfotografie bzw. generell in der Fotografie, finde ich super, weil ich dadurch mein Bild einfach nochmal besser verstehe, wenn ich es dann am Rechner bearbeite. Ich kann mich in dieses Bildnummer hineinversetzen und kann quasi meine Gefühle, die ich vor Ort hatte, quasi durch die Bildbearbeitung in das Bild hineinhauen und kann das so bearbeiten, wie ich es damals gefühlt habe. Ich kann ein Bild zum Beispiel fröhlich erscheinen lassen, indem ich die Sättigung höher packe und die Lichter ein bisschen stärker mache. Oder aber ich kann das Bild super moody machen und kann die Sättigung einfach rausnehmen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Bildbearbeitung nimmt allerdings auch viel Zeit in Anspruch und das muss man berücksichtigen. Bei der Bildbearbeitung gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, wie es aus der Kamera kommt, dann lass das Bild so. Und wenn du sagst, yo, ich möchte das Bild bearbeiten und nach der Bearbeitung gefällt dir das Bild, aber es gefällt keinem anderen, dann ist es trotzdem dein Bild und das ist letztendlich, was zählt, dass es dir gefällt. Wenn du Bilder bearbeiten möchtest, kann ich dir ans Herz legen, dass du in deiner Kamera die Fotos auf RAW stellst, beziehungsweise die Fotos ein RAW aufnimmst, weil du dadurch einfach viel mehr Bildinformationen hast und du kannst das Bild besser bearbeiten, als wenn du nur in JPEG fotografierst. Das waren fünf Fehler in der Landschaftsfotografie, die ich damals gemacht habe und auch immer noch mache. Wenn du die Grundlagen kennst, du weißt, wie man ein Bild aufbaut, du kennst die ganzen Stilmittel, wie Reflexion, Drittelregel etc., dann schnapp dir jetzt deine Kamera, geh raus und mach aus einem guten Foto ein wirklich besonderes Foto. Doch bevor du rausgehst, warte noch einen Moment, schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie du das Video fandest, ob du diese ganzen Fehler kanntest und darüber würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir allzeit gutes Licht als Fotograf und bleib gesund. Ciao.